Willkommen im Kurs umfühlen, einer Möglichkeit unsere Sinne wieder zu entdecken und sie zu verbinden mit dem Testen. Es ist so, dass wir zwei grundsätzliche Qualitäten uns haben. Die Qualität der rechten Seite, die männliche Qualität und die Qualität der linken Seite, die weibliche Qualität. Die rechte Seite wird repräsentiert von den Testen, also wir können den Muskelkrafttest nehmen, wir können den O-Ring-Test nehmen, wir können das Pendel nehmen oder auch den Armlängentest. All diese Teste repräsentieren die männliche Seite als im Grunde eine Ja-Nein-Antwort, Balance-Stress. Auf der anderen Seite haben wir die linke Seite, die weibliche Seite. Die Seite, die alle unsere Sinne repräsentiert. Es kann ein großer magischer Zauberwald sein mit unendlich vielen Eindrücken und dazu gehört das Fühlen, das Sehen, auch das Innere Sehen, das Wahrnehmen, das Hellfühlen, Hellsehen, das Erahnen, all diese Dinge gehören dazu und machen diese Seite so reich. Nun ist es so, dass die linke Seite, die weibliche Seite eine solche Fülle hat, dass man sich auch ganz schnell daran verlaufen kann. Auf der anderen Seite hat die rechte Seite auch etwas sehr schnell Langweiliges und Eintöniges, weil sie gibt ja immer nur Ja und Nein-Antworten. In dem Moment, wo ich beide Seiten integriere, also die männliche und weibliche Seite integriere, dann wird das Sehen und dann wird das Innere Sehen und fühlen gut, präzise und akkurat. Und das ist meine große Einladung an dich. Genieße und lerne.